Die Ohren sind schneller als die Mitte, ne? Ja, ja, ja! Ach, hast du eine Findling? Ja, ja, genau. So, jetzt waschen wir. Passt schon. Ah, ein kühles Plätzchen, du hast recht. Du hast recht, du hast recht. Das sind meine Stinkfüße. So wie die Palmen. Ja, ja, weiß ich. Das ist ein Nadel. Immer gerne Schnuberen. Seid ihr eigentlich? Heiden Sie schmitten, aber wer weiß? Gut. Der Hund riecht, der wundt, wenn sie gar nichts rein geht. Die Rehen, ja. Oh, ich gerne. Oh, ich. Schnuppe! Ja, ja, nein, nein, nein. Immer mehr zu einer Springerei, wenn ich nicht aus. Das ist schon kein Träbischen mehr, ne? Das ist ein Ballerinnenwehl, ja. Bisschen große Indien. Ja, das hat ja auch die Werbewelle so weit ausgewohnt. Die haben doch immer noch so gerne so spielerische Fäße. Ja, aber nicht mehr wieder anfangen. Und vor allen Dingen sind die Zennwehl nicht mehr so Scherr für die Hüste. Die sind ja extra Scherr vor. Ja. Das ist ja auch der Schimmer. Guck mal, hey. Seht ihr euch noch die Nerven da vorne? Ja. Das ist immer blödiges Gebäß. Das ist nicht passiert. Ja. Aber der Vogel hat zufällig vielleicht gestern. Nicht Ballen nicht. Nicht Ballen nicht. Ganz bestimmt nicht. Ja. 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 Die Mischwosen, du sagst, du verwählst, wenn der Hitz in Plastik tritt. Plastik tritt und dann zurück. Und dann da hin geschmissen. Genau. Das hält nicht mal. Das schmiert jetzt der ein bisschen länger. Oder wenn der manchmal, der Mäh, der ist immer aufgehetzt ist, dann kann der stundenlang erheben.